So, mal gucken, ob ich die krieg hier. Oder kann ich mich näher durchschleichen schaff ich nicht. Da will ich jetzt auch nicht hin, weil dann hat der mich auf den Kicker. Schretter. Und jetzt werde ich dich töten. Ich brauche keinen Feldposten. Black Devil macht jetzt den Turm weg. Wir sind die Besten. Natürlich sind wir die Besten. Sie sehen mich. Das Back Devil ballert mal auf den da hinten mit dem Feldposten. Obwohl, ne, noch nicht. Das macht hier Dings. Wo ist denn die? Die hat doch Schreddharmonie, ne? Ja, diese Kanone zerfetzt Rüstung. Die sieht die nicht. Ja, das ist schlecht. Dann soll Trinophysis mal... ...das Ding mal anschießen. Oder auch daneben schießen. Genau. Daneben! Feldposten entfernt. Diese Rüstung ist stark. Kein Problem, Boss. So, weg ist er. Das war echt gut. Nähere mich der Zielposition. Dick Mama. Hm? Rüstung hält stand. Ja, bleibt keiner noch mal. Mist. Shit. Verdammt. Ich wollte den Schwert eigentlich kaputt machen. Überprüfe Visier. Ich bin aufgeflogen. Ja, super. Jetzt sehe ich genau das, was nicht passieren soll. Ja, gut. Das soll schon... ...das soll schon passieren. Hätte er nicht Black Devil angreifen können? Oder Spectre? Dann wäre es zum Konter gekommen. Verdammt. Brauche Deckung. Wir haben eine Deckung. Panzerung getroffen. Rache. Ich habe ihn erwischt, oder? Ja, toll. Trillo, kannst du mal einen Crit machen? Warum schießt du daneben? Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Gib kein nächstes Mal. Mama Bear bringt ihn jetzt um. Oder auch nicht. Alles muss man selbst machen. Hier, der Cowboy kommt und schießt aus der Hüfte. Und schießt auch daneben. Sag mal. Alter, Kinder. Das gibt es doch gar nicht. Das muss Black Devil ja doch schon wieder ran, ey. Immer muss der Papa das machen. Das ist so... Das ist so der typische... Das war doch klar, oder? Commander, sag ich mal. Wenn alle anderen versagen, aber er richtet es dann. Er ist immer so der... Der das... Der das... Der das immer schafft, irgendwie. Trillo, Physis schießt daneben. Black Devil trifft. Ich glaube, wir haben beide einen falschen Job erwischt jeweils. Wir haben den Code Rot da oben. Oh ja. Diese Rüstung ist stark. Ich glaube, ich habe fünf von den Dingen mehr... Alter, der sieht den. Der sieht den. Der trifft ihn. Cool. Der hat den getroffen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, Mama Bär. Das schaffst du doch jetzt, oder? Habt ihr das gesehen? Ja, das habe ich sogar aufgenommen. War für leer, kann nicht angreifen. War bei dir schon mal einer dazu, deine Leute zu schießen? Oder hast du die mal vorher kaputt gemacht? Was meinst du? Von den Türen. Ne, die haben noch nicht geschossen. Also in einer erfolgreichen Folge haben die, glaube ich, tatsächlich mal schießen können. Bin dabei. Ich habe fünf Stück kaputt gemacht, bevor denn einer endlich mal auf mich geschossen hat. Also wenn man es richtig anstellt, dann schaffen wir es nicht. Feuerschutz. Ja. Scheiße, ich wollte nachladen, nicht Feuerschutz. Na egal. Positiv. Lad mal alle nach. Nachgeladen. Ich habe mich ein. Nachgeladen. Wird schon nichts passieren. Das ist eine gute Aussage. Nachgeladen. Positiv. Schon unterwegs. Der hat mich bloß nicht bewegt. Obwohl, vielleicht trifft sie. Hallo, die Waldfee. Der hat gefressen. Nimm das! Das war der Archion. Der ist weg. Ja, der hat auch nicht in die Fresse bekommen. Gebe Feuerschutz. Halte Position. Ja, ja, sappel nicht. Beweg dich zu mir. Ja, so ist brav. Das ist eine Explosion. Alter. Alles weg. Ja, du musst mal auf das nächste Bild sehen. Was jetzt gleich kommt. Der läuft los und merkt dann wahrscheinlich zersiebt, wa? Nee. Nee. Alter. Der hat weggeschossen. Weggeschossen ist gar kein Ausdruck. Der ist nicht mehr existent. Der hat voll seine Waffe überladen, der Black Devil. Nee, nee, nee. Er hat nicht geschossen. Oh ja. Er hat seine Waffe überladen und geschrottet. Da kam ja eine halbe Stichflamme mit raus. Mir entsteht nichts. Scanne Gebiet. Wirst du auch schon diese Geschosse, die einen Panzer unterschlagen? Gibt es, aber ich weiß nicht, welche das sind. Ich bin bereit. So. Na los, zeigt euch. Holen wir sie uns. Wir haben hier nichts. So. Bei Trillot blinkte was. Meine Frage, wie weit ist es, bis nach ganz oben? Trillot will Atemluft riechen, aber ich glaube, er bleibt doch lieber am Boden. Der Tatsachen. Wechsle Position. Man hört doch teilweise an der Musik, ob da deine Gegner sind oder nicht. Es geht nichts. Rück aus. Aspector, du müsstest mal der... Wie heisst die eigentlich? Du müsstest Newton mal in der Rennen. Nur um sicher zu gehen, dass hier nichts passiert. Okay, bin unterwegs. Ja, die ist auch mental etwas instabil. Ja. Hm, deswegen. Damit sie nicht nochmal verletzt wird. Denn Silke hier kann sie nämlich gut gebrauchen. Äh, Trillofysis, gehst du mal bitte da hin. Sporte los! Wer weiß, wie lange sie diese Lageeinheiten hier unten schon betreiben. Bling! Manus 1, 5. Sie sind bei der Zielposition. Da oben habe ich einen Gegner gesehen. Central, bitte warten. Wenn ich da jetzt hingehe, sieht er mich? Er dürfte eigentlich nicht. Bin schon dabei! Die haben mich noch nicht einmal verletzen können. Jetzt habe ich sie... Bling! Cheater! Ja, das ist ein bisschen wie Big Daddies. Und so verhalten die sich, aber können cheaten. Super. Den hole ich mir! Die Referenz musst du schon fast erzählen, zu erklären. Hm. Die Referenz bräuchte ich nicht erklären. Wie, das kannst du nicht sehen? Scheiße! Ach nee, du meintest gar nicht das, was ich jetzt gesagt habe. Du hast von Beirrschock wahrscheinlich weh geredet, ne? Ja. Alter! Werde angegriffen! Sie haben mich flankiert! Auf die Flanken! Sei doch, du kannst cheaten. Ja genau, mach die Tür zu. Was der gar nicht geht. Die Tür ist... Die Tür ist so zu... Ich habe es wohl nur geschafft. Hä? Ich wurde vergiftet. Kelly wurde vergiftet. Scheiß. Schlangen. Ich wurde gezüngelt. Ich bin verschlungen. Das sieht hässlich aus. Toll, jetzt sind einige Leute vergiftet aus der Hauptreihe. Trinophysis ist immer noch im Schlangen. Danke. Daneben. Kein Treffer! Newton, reingehen bitte. Okay, ich gehe. Immun. Okay. Und gegen Gift, geht das? Dankeschön. Du hast mich befreit. Erledigt. Ganz sicher erledigt. Newton hat was gut bei mir. Tod. Wir sind die Besten. Hier ist etwas. Illyrium kennt. Dankeschön. Black Level hat es mal wieder eingesammelt. Objekt erhalten. So. Sterb. Obwohl, ne, warte mal. Schredderkanone. Ne, mach mal lieber nicht. Da steht gerade, äh... Wie heißt sie? Mama Beer steht da gerade in der Nähe. Das kann ich machen. So, jetzt ist sie aus dem Weg. Lass mal... Ja, das würde das ganze Haus zusammenbrechen lassen. Oh. Rüstung zerschreddert. Sehr schön. Bonustreffer. Bonus Schuss. So, jetzt muss, äh... Dings gleich nochmal draufhauen. Hohe Ammonitionsverbrauch! Habe, kam doch Ammonition! Oh, bleib tot. Genau nach Plan. Trommidon, ey. Die schlimmsten Gegner, die es gibt. Bin schon dabei. Die Tür war zu. Toll. Haltestellung. Dankespiel. Okay, das hat weh. Jemand möchte... Edwin Verstärkung nähert sich. Edwin Verstärkung nähert sich. Das ist toll. Und jemand möchte gerne Spectrum eben heilen. Mö, das heißt, halt Vorsicht. Wir haben feindliche Verstärkungen auf dem Weg zu ihrer Position geortet. Ja, Sandwell. Die kriegen von mir einen Blumenstrauß zugeschickt. Scheiße, ich komme da gar nicht rechtzeitig hin. Okay, ich gehe. Gebe Feuerschutz. Newton, du möchtest gerne sie heilen. Gremlin, medizinische Protokolle. So, danke schön. Bestätigt, Überwachung läuft. Gehen die durch die Tür. Gibt es da noch eine Tür? Da gibt es noch eine Tür. Gut, dann möchtest du da mal bitte hier hin. Bin unterwegs. Bitte Feuerschutz. Du da. Klingt machbar. Feuerschutz. So. Und... Du gehst mal hier hin. Du gehst mal hier hin. Du gehst mal hier hin. plan. Dann bin ja rin. Tu. Du gehst mal hier hin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020